Habt ihr jemals inne gehalten, um die Grenzen zwischen dem was ist und dem was scheint zu betrachten? In der Tiefe der Nacht unter dem unendlichen Himmel wagten die Bürger Heubarfs einst einen kühnen Schritt, mit langen Stangen um den Mond selbst zu berühren, eine Sage gewoben aus dem Stoff der Träume und der Sehnsucht, die uns lehrt, über das Erreichbare hinaus zu streben. Aber was, wenn dieser Akt mehr als nur eine Legende ist? Was, wenn er uns eine tiefe Wahrheit über das menschliche Streben und unsere Wahrnehmung der Welt um uns herum offenbart? Wo endet die Realität und wo beginnt die Illusion? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei The Captain Phil zum Thema Sagen und Legenden. Heute gibt es mal wieder ein Video aus komplett eigener Sache über die Stadt Heubach und ihr kennt das ja vielleicht, dass man manchmal den Bürgern oder der Bevölkerung von Nachbarortschaften, von Nachbarstädten unterhaltsame Spitznamen gibt. Manchmal fragt man sich auch, woher kommen solche Spitznamen? Wie sind die entstanden? Solche Spitznamen entstehen meistens oder sind meistens in historischen Ereignissen entstanden oder basieren auf charakteristischen Eigenheiten. Die Bürger der Stadt Heubach zum Beispiel heißen Mondstupfler. Aber wieso heißen sie eigentlich Mondstupfler? Genau diesem Geheimnis wollen wir heute auf den Grund gehen und schauen mal genauer hin. Heute die Sage Mondstupfler. Im Herzen Deutschlands, genauer gesagt am malerischen Nordrand der Schwäbischen Alb, findet sich Heubach. Ein Ort, der mit seinen Teilorten Bäuren, Buch und Lautern zu den zauberhaftesten Flecken in ganz Baden-Württemberg zählt. Die Stadt, die bis in die späten 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts als Luftkurort gefeiert wurde, verdankt ihrem Ruf der außergewöhnlichen Lage. Geschützt am Fuß des Rosensteins eingebettet in einen Tal, das sich durch eine üppige landwirtschaftliche Fläche sowie durch ausgedehnte Wälde und natürliche Schönheit auszeichnet. Die saubere Luft und die unberührte Umgebung machen Heubach zu einem Refugium der Ruhe und Erholung. Die Wurzeln Heubachs reichen weit zurück bis ins frühe 12. Jahrhundert vor Christus, als es erstmals als kleine Siedlung Erwähnung fand, dort wo sich heute das weite Stadtgebiet erstreckt. Über die Jahrhunderte hinweg war Heubach Schauplatz regionale Geschichte. Spielte eine bedeutsame Rolle, insbesondere während der Herrschaft Württembergs ab dem 16. Jahrhundert und dem Laufe des Dreißigjährigen Krieges. Der Zweite Weltkrieg brachte Heubach in den Fokus schwerer Luftkämpfe und heftigen Beschusses durch die US-amerikanischen Streitkräfte, was die Stadt und ihre Bewohner auf eine harte Probe stellte. Kommen wir nun aber zu der Sage und schauen sie uns genauer an. In einer klaren Nacht unter dem strahlenden Licht des Vollmonds, der majestätisch über dem Rosenstein thronte und so das markante Wahrzeichen der Gegend in ein silbernes Licht tauchte, erwachte in den Herzen der Heubacher eine unerklärliche Sehnsucht. Diese Sehnsucht, genährt von dem unerschütterlichen Glauben an das Unerreichbare und dem tiefen Verlangen, der Natur näher zu kommen, inspirierte die tapfesten Bürger zu einem wagemutigen Unterfangen. Sie fassten den Entschluss, den Mond selbst vom Firmament zu holen. Ausgestattet mit langen Stangen und Spießen, die sie aus den umliegenden Wäldern zusammengetragen hatten, machten sie sich auf den Weg zum Rosenstein, ganz nach oben zur Burgruine, ihr Blick unverwandt auf den leuchtenden Nachtgestirn gerichtet. Die Dunkelheit in jener Nacht erbebte unter den Klängen ihrer Stimmen, die sich in Liedern und Rufen vereinten. Ein kühner Versuch, den Mond zu ergreifen. Ihre Silhouetten, die sich deutlich gegen den nächtlichen Himmel abzeichneten, verwandelten sich in ein Sinnbild des Mutes und der Vorstellungskraft. Diese Vision, ein lebendiges Zeugnis ihres Unterfangens, ergriff die Herzen der Menschen weiter über die Grenzen ihrer Heimatstadt hinaus. Die Legende der Mondstupfler von Heubach, ein leuchtendes Beispiel für den menschlichen Drang nach dem Unmöglichen und die unauflösliche Verbindung zur Natur, erzählt von der tiefen Sehnsucht, die Unendlichkeit zu berühren und wird bis heute in den Liedern und Erzählungen rund in Heubach bewahrt. Auch ich persönlich kenne diese Sage schon seit Kindheitstagen an. Ich habe sie in der Schule gelernt, im Kindergarten wurde sie erzählt und auch mein Vater hat mir die Sage, die Legende rund um die Mondstupfler erzählt. Wenn man in Heubach ist, wenn man die Stadt besucht und so ein bisschen durch die Ortschaft fährt, sieht man auch relativ häufig an vielen verschiedenen Gebäuden den Mondstupfler stehen. Eine Statue ist meistens eine männliche Statue mit einem langen Stab in der Hand, die dementsprechend positioniert ist. Das Sinnbild für Heubach im Endeffekt, die Mondstupfler. Diese Legende, so bildhaft und faszinierend sie auch sein mag, dient im Endeffekt nicht alleine der Unterhaltung. Vielmehr spiegelt sie die tiefe Verbundenheit der Menschen mit ihrer natürlichen Umgebung wider und offenbart das menschliche Streben nach dem Unmöglichen als Ausdruck tiefster Sehnsüchte und Träume und im Endeffekt die moralische oder auch philosophische Botschaft der Sage kristallisiert sich heraus. Die Erkenntnis, dass einige Ziele vielleicht außerhalb unserer Reichweite liegen, der Gemeinschaftsgeist und der Mut Großes zu wagen jedoch von unermesslicher Bedeutung sein kann. Ich finde auch die Mondstupfler Sage selber fördert darüber hinaus auch das Bewusstsein und die Wertschätzung für lokale Traditionen und im Endeffekt auch die Geschichte der Gemeinschaft und der Wurzeln um uns herum. Sie spiegelt universelle menschliche Erfahrungen wider wie Neugier, das Streben nach Erkenntnissen und das Überwinden von Grenzen. Diese tief verwurzelten Antriebe sind Teil der menschlichen Natur und finden sich in solchen Legenden und Sagen relativ häufig wider. Durch das Weitergeben dieser Geschichte von Generation zu Generation bleibt das kulturelle Erbe unserer Tradition, unserer Geschichte lebendig und prägt die Identität der Stadt Heubach und ihrer Bewohner nachhaltig. Die Mondstupfler Sage und ähnliche Geschichten spiegeln eine unverzichtbare Rolle in der kulturellen Tradition und Identität von Heubach, vermitteln auch gleichzeitig ein Gefühl der Zugehörigkeit und fördern den Gemeinschaftssinn. In diesem Sinn ist die Legende mehr als nur eine schlichte Erzählung, eine einfache Sage. Sie ist ein lebendiges Zeugnis der menschlichen Fantasie und auch des Wunsches über die Grenzen des Bekannten hinauszugehen, eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart, die die Bewohner Heubachs und weit darüber hinaus inspiriert und vereint. Am Ende unserer Reise, eingehüllt in den Mantel der Nacht, stehen wir auf dem Gipfel der Träume, vielleicht auch auf dem Hosenstein der Träume, wie ihr das für euch so entdeckt. Den Blick gen Himmel gerichtet, gen Mond und Sterne. Doch was entdecken wir im Zwielicht zwischen Realität und Illusion? Sind wir im Endeffekt nicht alle ein wenig wie die Mondstupfler von Heubach, die nach dem Unmöglichen greifen, geleitet von Hoffnung und Sehnsucht? Was sehen wir, wenn wir in den Himmel blicken? Den Mond oder vielleicht doch ein Spiegelbild unserer tiefsten Wünsche und Träume? Das war die Sage für heute hier bei The Captain Phil zum Thema Sagen und Legenden, die Mondstupfer von Heubach. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder hier bei The Captain Phil. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. senhor